Das Meer. Wohin man sieht das Meer. Wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, würde ich sagen, mit einer Toleranz von 100 Meilen sind wir ungefähr zwischen Neuseeland und dem Archipel von Pomodoro. Es gibt Wissenschaftler, die annehmen, dass solche Wesen noch immer auf unerforschten Teilen unseres Planeten leben. Was willst du hier? Das Meer. Das Meer. Das Meer.